Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football, ich bin John, ich bin Devin und ich bin Nick und heute machen wir ein ganzes Individualtraining mit dem Fokus auf den Abschluss. Zuerst ein bisschen aufwärmen, aber dann gehen wir gleich in die Abschlussübungen. So, aufwärmen vorher gemacht, jetzt gehen wir direkt zum Schuss, ich zeige sie kurz vor, also hier haben wir rot, gelb und die zwei hinten, also der erste ist, du gehst hinten, drückst den Spieler weg, halst mir zurück, gehst da, da, zurückspielen, dann auf mein Kommando, zum Beispiel rot, nach vorne, duck, mitnehmen. It was at this moment that he knew, he fucked up. Und rot, bam, 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 sauber, und gelb, bam, bam. Devin hat kurz eine Pause, jetzt ist Nick dran, da bin ich gespannt, wie er das so macht. Okay, ready? Ja, bam, 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 tak, tak, sauber, und gelb, tak, 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 okay, Torhüter, mach diesen hier, und eins, zwei, und gelb, bam, 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 ohlala. Wenn sich jemand von euch die Blazepots gönnen möchte, unten in der Videobeschreibung haben wir den Link mit unserem Code, habt ihr ein bisschen Prozente und unterstützt auch diesen Kanal. Vamos! Jetzt zweite Übung, hier macht Can mit, muss er mal zeigen, wie viel Kraft er in seinen Beinen hat. Es geht folgendermassen, zuerst gehen wir zum Beispiel hier hin nach Rot, prallen, dann nach hinten, Ball, hinten durch mitnehmen, zack, hier nach vorne, prallen, ich zeige es ganz langsam. Und dann haben wir wieder Rot und Gelb, zum Beispiel Rot, hier öffnen, hier wäre der Gegner, das heißt, ich nehme ihn hier entlang, Abschluss, spielt keine Rolle, machen wir immer Rot, komm. Ja, vor den Gegner, zack, zack, mitnehmen, und gelb. Okay, okay, abmachen, hinten auch mitnehmen. Okay, ja, tendenziell, hast du gemerkt, nimm ihn auf deinen Rechten, wenn du hier bist. Ja, Gegner, wichtig im Kopf zu haben, hier wäre der Gegner, wir haben uns irgendwie gelöst, Gegner wäre hier, wir haben jetzt hier die Stange hingemacht, bam, wir nehmen ihn hier nach außen. Also, jetzt geht es jetzt richtig los, und ja, bam. Und gelb, nochmal, komm, aufmachen. Ja, mehr nach außen, immer noch, merkst du? Ja. Komm, tack, tack. Jawohl. Mitnehmen, komm, bam, bam. Mitnehmen, und gelb, und geh, und geh, komm. Nach außen. Ja, sauber. Ja, er muss sich noch ein bisschen warm machen. Er hat eigentlich riesige Schüsse, aber da habe ich keine Sorgen. Aber mal schauen, wie seine Kraft aussieht. Schaut ganz genau hin. Zack. Wir nehmen. Ja. Vorne. Genau. Zack. Wir nehmen. Oh, weiter, weiter. Mein Fehler. Vorne. Zack. Und rot. Und geh. Und geh. Komm. Aufmachen. Zack. Oh. Und ja. Bam. Bam. Du bist dort. Oh. Warte. Warte. Weiter, weiter. Spielen. Ja, go. Zack. Zack. Wir nehmen. Spielen. Und rot. Ja, Touches und Schüsse. Top. Schüsse. 10 vor 10. Beine. 10 vor 10. 10 vor 10 kaputt. Leute. Leute. Ich bin tot. Ein Durchgang mit vier Abschlüssen. Meine Lunge am Kollabieren. Meine Beine am Zittern. Wie ein Zitteraal. Und gut, Respekt an dich. Du stehst hier wie eine Maschine. Jetzt dritte Übung. Das geht eigentlich um die Präzision dann beim Abschluss. Und ja, logischerweise wieder mit den Touches. Sollen wir schnell ganz kurz zeigen. Ja, wir zeigen es ganz kurz vor. Also wir spielen immer hin und her. Dann sagt mir Nick nachher oder ich. Die machen sie alle durch. Eine Farbe. Zum Beispiel Rot. Dann Mitte. Außen. Mitte. Diagonal nach hinten. Touch mitnehmen. Spielen. Ablegen. Und eine Farbe im Tor. Und Schuss. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und Gelb. 1, 2. 1, 2. 1. Sauber Touch. Spielen. Gut. Sauerberer Schuss. Rot. Rot. 1, 2. 1, 2. 1. Sauber Touch. Und Rot. Komm, Elfmeter. Sauber. Gelb. Zack, zack. Weiter, weiter. Tempo. Wir nehmen. Jawohl, Rot. Gelb. 1, 2. 1, 2. 1. Touch. Ah, schlecht von mir. Spielen. Und Rot. Ja, meine Güte. Was nicht kann, ist einfach nicht von dieser Welt. Also, war gar nicht anstrengend eigentlich. Gut, das waren jetzt drei Abschlussübungen. Geile Abschlussübungen, muss man sagen, wenn man die mit Intensität ausführt. Und man sieht jetzt auch hier die wichtigsten Punkte jetzt bei Devin zum Beispiel. Du weißt genau, was jetzt für dich wichtig ist. Da gibt es einige erste Kontakte direkt in den Lauf. Und bei uns ist Sauerstoff wieder aufzubauen, glaube ich, Punkt Nummer 1. Von dir etwas, Devin, so ganz spontan. Gebt Gas. Level up your game. You know the game. Schön gesagt. Darum Leute, nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Unbedingt mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen möchtet als nächstes. Und Devin, du hast das Schlusswort? Video teilen. See ya.